Der Knabe Jawolowicz stellt die Frage, gewöhnt sich das Gehirn an Melatonin-Pillen? Genauer beleutet er, die Zirbeldrüse stellt Melatonin her. Macht sie das auch noch, wenn man Melatonin-Pillen über einen längeren Zeitraum einnimmt oder stellt sie dann die Produktion ein? Option 1. Sie produziert kein oder weniger Melatonin. Oder doch Option 2. Sie produziert weiterhin Melatonin. Sini meint, Melatonin ist nur für eine Kurzzeitbehandlung zugelassen, wenn du es länger nehmen möchtest, würde ich das unbedingt mit einem Arzt abklären. Ein anderer Bube namens Information behauptet, kann nicht gesund sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.